Die Aloe Heat Lotion von Forever ist wirklich ein absoluter Star unter unseren Aloe-Produkten. Sie ist eine herrlich wohltuende Creme, die bei leichten Verspannungen und gestressten Muskeln optimale Erholung liefert. Reines Aloe Vera Gel, Sesam und Aprikosenkernöl versorgen die Haut mit viel Feuchtigkeit und wertvollen Nährstoffen. Menthol und Eukalyptus verleihen ihr eine intensiv erfrischende Note und regen angenehm an. In unserem Berufsalltag äußert sich Anspannung ja meistens im Nacken- und im Schulterbereich. Wenn du also mal wieder besonders lange am Schreibtisch sitzt, einfach mal die Aloe Heat Lotion zwischendurch auf den Nacken einmassieren. Oder bei uns Ladies, abends nach dem Tragen von hohen Schuhen liefert sie den Füßen eine absolute Wohltat. Die wärmende Lotion ist besonders für Sportler zu empfehlen, denn Muskelkater ist daher keine Seltenheit. Und sie bringt gerade nach einem intensiven Training die wohlverdiente Entspannung und pflegt auch noch gleichzeitig die Haut. Sie kann sehr gut zum Aufwärmen vor dem Sport, zum Beispiel auf den Waden aufgetragen werden. Oder auch vor dem Schlafen gehen liefert die Lotion nach einem anstrengenden Workout einen wunderbaren Erholungseffekt. Übrigens, die Aloe Heat Lotion funktioniert gleich zweifach. Je nachdem, was der Körper gerade braucht, kühlt oder wärmt sie die eingecremten Stellen. Daher kann man sie auch hervorragend zum Massieren einsetzen. Sie entspannt und pflegt die beanspruchten Stellen. Das ist Wellness pur für die Sinne und für die Haut. Wie alle unsere Körperpflegeprodukte wurde auch die Aloe Heat Lotion vom Institut Dermatest geprüft und hat das Testurteil sehr gut erhalten. Dies garantiert beste Hautverträglichkeit und höchste Qualität. Ich wünsche dir viel Spaß und Wohlbefinden mit den Produkten von VR. początku Närleid! Ok! Aufmerksam! Ja! Vielen Dank.